Ich bringe die mal nach Techos rüber. Da haben wir dann noch eine 244er Flotte. Da sind die Angriffsschiffe, also die Truppentransporter. Hä, wo ist denn seine Hauptflotte? Weg. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Kann ich hier noch irgendwas aufrüsten? Rein theoretisch. Nicht so wirklich. Nee, nicht wirklich. Wollte ich eigentlich denen nicht auch noch die Triebwerke geben? Wäre irgendwie sinnvoll, ne? Oh ja, genau, das Zeug, das habe ich glaube ich noch nicht überall, oder? Doch, habe ich tatsächlich überall. Okay, dann würde ich nämlich sagen, First Legion, die kann man nicht aufrüsten. Die kann man aufrüsten. Ähm, wo ist unser Planet? Da ist der Planet. Ich sehe ihn gar nicht mehr, weil hier so viel, so viel Zeug rumschwirrt. Das ist furchtbar. Ja, Techos, produziert gerade gar nichts mehr. Wie viele Kreuze haben wir denn jetzt eigentlich? Zwei Kreuze. Wow. Was kosten die 568? Das ist natürlich schon übel. Kann ich inzwischen mal mit euch wieder quatschen und handeln? Oder seid ihr immer noch pissig? Oh mein Gott, das wollen die sind immer noch pissig. Guck's dir an. Okay, die wollen also nicht. Die werden wahrscheinlich auch begriffen haben, dass sie als Finanzmittel für uns fungierten. Aber jetzt ohne Scheiß? Wo ist seine Hauptarmee hin? Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Kann ich euch jetzt irgendwie mal vereinen? Ich kann hier nicht sagen, zusammenfassen. Wieso nicht? Instruction complete. Ich kann die nicht zusammenflotten, die gerade verbessert werden. Ach so, weil die noch im Upgrade-Status sind. Aber euch zwei kann ich zusammenfassen. Wo wollten ihr hin? Ach so, die fliegen da hin. Von AC aus. Okay. Das ist die 244er-Flotte. Die sollte man mal im Auge behalten. Oder wir gehen in die Offensive. Das wäre so eine Alternative, dass wir in sein System eindringen und einfach alles zerstören. Aber das ist so ein Part, den ich nicht verstanden habe. Unsere Schiffe haben diese Bergbaustationen nicht angegriffen. Habe ich irgendwo vielleicht eingestellt? Ne, da war es nicht. Da war es nicht. Da war es auch nicht. Da auch nicht. Da sowieso nicht. Kriegsphilosophie. Uneingeschränkte Kriege. Ich verstehe nicht, warum sie die Bergbaustationen nicht zerstört haben. Ich meine, damit kannst du doch die Wirtschaft vom Feind extrem schwächen. Das verstehe ich nur wirklich nicht. Okay, was ist hier fertig? Schlachtschiffe. Okay, ich schalte hier nochmal einen Gang runter. Das könnte uns echt den Hintern retten. Und KI-Raketen. Okay, pass auf. Dann unterstütze ich mal die Ingenieursforschung. Die wird ohnehin schon unterstützt. Ah, galaktische Armada. Oh Mann, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Also ganz ehrlich. Das war dämlich. Okay. Wir bauen uns unser eigenes Schlachtschiff. Und zwar... Was haben wir denn da? Die Punktverteidigungs-Slots werde ich erstmal bleiben lassen. Wir gehen hier auf L-Slots. Oh, 4 M-Slots. Oh, das schaut schick aus. Da haben wir auch nochmal einen L-Slot oder zwei M-Slots. M-Slots könnten mal die ganzen Schwarmraketen hinsetzen mit einer Reichweite von 100. Und hier hätten wir dann Reichweite 110. Wobei, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht für so ein... Äh, für so ein Schlachtschiff. Wahrscheinlich macht es eher gar keinen Sinn. Nachbrenner werde ich da jetzt definitiv nicht anbringen. So, das ist unsere Energieversorgung. Dann hätte ich hier ganz gerne noch, äh, jede Menge Deflektoren. Und Panzerung. Panzerung auf 100. Wobei, braucht es echt zu viel Schutzschilde? Ich glaube nicht, Schilde auf 320. Panzerung... Ja, ne. Braucht es eigentlich nicht unbedingt. Das können wir erst einmal so lassen. Bei dem Aufklärer-Geschwader. Äh, eine Kleinstaffel von Aufklärern bietet einfache Kampfschiff-Fähigkeiten und kann feindliche Bombe und Kampfschiffe in der Nähe des Mutterschiffs bedrängen. Das ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Kosten die Energie? Die kosten tatsächlich Energie und nicht gerade wenig. Okay. Äh, Alter, das Ding kostet 1126. Willst du mich verarschen? Schon so ein bisschen, oder? Ähm. Schiffe aufgradiert. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, einfach mal alle Mann versammeln. Techos, äh, ach man, wir müssen ja die Raumhafenverbesserung kaufen. Nein! Scheiße. So, und in der Zwischenzeit hat natürlich unser lieber Gegner hier ebenfalls fleißig weiterproduziert. Das heißt zwar immer noch ebenbürtig, aber... Ja, wir wissen doch alle, dass das Spiel uns anlügt. Ich könnte den Sektor gerade nochmal verwalten. Äh, nee, nicht so. So. Und dieses System hinzufügen, das da geht leider noch nicht. Aber dann kann er da nämlich auch noch Raumstationen reinsetzen. Und mit diesen komischen Handelsviechern da drin kann ich echt gar nichts machen, ne? Ich kann sie nur ausschalten. Schade. Und diese Star-Union wird schon langsam immer mächtiger. So, Handelsabkommen. Äh, Energy Credit sofort. Mineralien sofort. Ne, also, okay, die sind definitiv pissig, weil wir Krieg führen gegen diese Viecher da. Könnte ich hier theoretisch sagen, dass er mir ein System bereits abtritt? Das würde der sogar akzeptieren. Ich glaube, ich bin... Weil dann können wir uns vielleicht dieses System hier ergattern. Fuckin' nennen... Weißt du schon? Das steht aber nicht zur Auswahl... Achso, das sind die Planeten von ihm. Hier sind die Dinger, die ich haben möchte. So, ich verstehe. Kriegspunkte plus 6, relative Flottenstärke und Kriegsdauer. Äh. Aber ich könnte meine Planeten aufgeben und das... Ja, nee, okay. Okay, okay, okay. Das Forschungsschiff sollte ich vielleicht mal wieder losschicken. So, dann ist der unterwegs. Also das läuft ja wirklich herzallerliebst. Raumhafenverbesserung lässt noch auf sich warten. Kampfsimulator, Feuerwarte, Trefferschauspositionierung. Wäre auch nicht verkehrt. Was macht jetzt eigentlich die Oberfläche? Oberflächentechnisch können wir hier einiges upgraden. Schau mal, ein Ding kann man aufleveln. Das mache ich gerade mal. Und hier könnten wir die Energieversorgung draufsetzen. Braucht es aber nicht wirklich. Wir sind bei plus 90. Also das hebe ich mir mal lieber noch auf. Okay, wir können sämtliche Planeten aufleveln, was das angeht. Äh, okay. Gut. Dürfte ich jetzt mal erfahren, wo der mit seinen ganzen Flotten hin ist? Die sind alle weg. Die sind nicht mehr in unserem Reich. Zumindest nicht in unserer Sensorreichweite. Das ist sehr seltsam. Wir haben aber Gott sei Dank wieder eine 4000er Flotte. Das heißt schon was. Was sagt denn jetzt eigentlich hier der Stand? Ebenbürtig. Ähm. Ich möchte auf jeden Fall ein Schlachtschiff haben. Da kannst du sagen, was du willst. Armeen. Wir haben bei Asia Prime noch ein paar Armeen in petto. Oh, endlich. So, und jetzt ein Schlachtschiff. Dauert leider Gottes noch ein bisschen. Ah, einen Monat noch. Okay, was haben wir denn da? Feldreparaturen. Unterhaltskostenarmeen werden reduziert. Das ist gut. Was haben wir jetzt als nächstes? Ah, Erlaubskosten, Ressourcenproduktion. Plus 5 Prozent. Das ist alles ziemlicher Schwachsinn. Terraforming-Stationen. Und dann ermöglicht den Abbauen von dem und dem. Kann man dadurch diese Felderanzahl erhöhen? Eigentlich nicht wirklich, oder? So, der braucht 12 Monate. 34, 15, 9 Monate. Ach, machen wir das Biolabor. Scheiß drauf. Dauert nur 9 Monate, dann ist er fertig. Wird eigentlich die Ingenieursforschung jetzt unterstützt? Ja, wird sie. Okay. Oh, wir können uns unser erstes Schlachtschiff leisten. Das macht einen Schaden von was? Jetzt muss ich mir die Werte gerade nochmal angucken. Ich merke mir sowas ja grundsätzlich nicht. Schaden von 60,95. Reichweite haben wir hier 110, teilweise 100. Wir sollten vielleicht von der Raketentechnologie mal weg, ne? Wobei Raketen halt die größte Reichweite haben. Vielleicht gehen wir auf, äh, auf kinetische Waffen. Das heißt Railgun-Technologie. Oder aber... Warte, ich schau mal ganz kurz das Licht bei mir daheim an. Dass ich ein bisschen was sehe. Langsam wird es nämlich duster. Oder die Alternative wäre natürlich die, dass wir auf Lasertechnologie setzen. Wobei das, glaube ich, die schwächste Technologie ist. Silizium-Lebensformen. Oh, das ist aber nett. Aber weißt du was? Während der das Schlachtschiff baut, baue ich mir hier einfach nochmal ein paar Zerstörer. Sagte er und baute einen. Wow. Ich bin so stolz auf mich. Aber immerhin, 222 pro Monat an Mineralien. Äh, es gab Zeiten, da haben wir von sowas nur geträumt. So. Weißt du, interessant wäre ja eigentlich, das Spiel einfach mal durchlaufen zu lassen. Äh, quasi einfach über Nacht. Sodass die Ressourcen sich auffüllen. Wenn dann nicht das Problem wäre, dass die ganze KI weiterarbeitet. Aber ich glaube, die konnte man mithilfe von einem Cheat abschalten. Da war mal irgendwas. Ist zwar schon ewig her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber das geht tatsächlich. Aber ganz ehrlich, so unfair will ich hier eigentlich nicht spielen. Wir könnten jetzt gerade mal gucken, dass wir hier bei dem Planeten vielleicht dafür sorgen, dass der ein bisschen was produziert. Eventuell mal... Werkbau-Netzwerke bauen. Okay, jetzt taucht eine seiner Flotten hier oben auf. Äh, das finde ich nicht so geil. Nee, finde ich tatsächlich jetzt nicht so geil. Aber okay. Ja, das ist schön und gut, dass der jetzt hier reinfliegt. Aber was will er denn hier bitte? Wenn er jetzt da angreift, ist er tot. Das sind zwei Raumstationen. Die zusammen weit über 2000, nee, 3000 Kampfpunkte ausmachen. Ja, unser Konstruktionsschiff haut erstmal ab. Alter, ernsthaft? Der will mit einer einzelnen Korvette. Guck dir das an. Will der hier angreifen? Ach, Schwachsinn. Ich nehme alles zurück. Wir sollten unbedingt unsere 4000er Flotte da hochschicken. Okay, ähm, das ist natürlich so ein typischer Haha-Effekt. Da kommt zuerst diese kleine Korvette angeflogen und man denkt sich, was soll der schmarrn? Und dann kommt die Hauptarmee. Wobei, nee, warte mal. Das ist nicht seine Hauptarmee. Das ist ja schon wieder eine andere Flotte. Das ist eine 2,5er Flotte. Das andere Ding, das war irgendwas mit 3000. Oh, leg mich doch am Arsch.